Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dey... Ich hab ne Pflaume gefunden. Sad! Richtig! In einem Flumenboom. Flume... Ach, ne richtig, echt ne Pflaume, ja? Ja. Wow. Ne Pflaume? Wollen wir Freunde sein? Nein. Meine Pflaume. Setz dich doch erstmal hin. Nein. Ich bleib so, wie es jetzt ist. Ey, komm. Dann, dann, dann mach ich... Warte, wo war das? Dann steck ich hier auch das Analgetikum rein. Das Analgetikum. Mh, mh, mh. Fiscious. Ja. Das ist dann halt Geschmackssache. Dann sag ich ja. Mh, mh, mh. Wow. So, ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Oil. Ach, danach bist du noch auf der Suche. Ich kack da mal schnell rein. Nett. Wir nehmen auch gerne Olivenöl. Ich hab auch nur Pflaumenöl dabei. So eine Scheibe. Ich überleg grad. Kann man Tiere... Haben Tiere hier fett? Kann man das dann vielleicht selber herstellen? Hm. Was? Weihnachtsbad? Nicht das Original. Aber sehr nah dran. Kann man... Fuck. Ich bin bei denen. Oh, Oma. Wow, meine Hand ist schon wieder so verpackt. Ist hier schon wieder... ...n Meter lang. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Oh, die Tür ist dran. Ist da. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Klick, klick. Ist dran. Du. Die Zombies haben einmaligen Nuklearschuss. Okay. Oh, ein sexy Ne-Set hab ich gefunden. Oh. Oh, hier liegt... Ah, die... Die IJs. 90, 70, 70. Wow. So können die Zombies hier kein Öl dabei haben. Können doch mal vorher einkaufen gehen. Die mit ihren scheiß Sandinbüchsen hier immer. Ist doch geil. Deine Sardinbüchsen sammeln. Ach. Du bist durch den ganzen Winter, ey. Ach ja, stimmt. Ja, ist im Zelt ja eine ganze Liste hoch. Heftig, ey. Die Kartoffel, die wird erst mal gleich schnabulieren. So, meine Ruhe, Kartoffeln und Baisen. Lecker, ey. Wie beim Apfel, ey. Und alles wird ruffelt. Knackfrisch. Ich hab grad irgendwie Schritte gehört, obwohl ich stand. Ich dachte, weil die dreht. Ne, deswegen wundert mich. Ne, achso, ne. Stimmt. Knirscht ist ja auch. Ist hier jemand? Ja. Ich bin's. Der Günther. Verschwinde! Ja. 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 Boah, bist du schon beim Auto? Ja. Hat gefehlt, oder? Ja. Ich hab gleich reingekackt, ein Schmiermittel. Muss so. Das hält erstmal. Hast ja mal den Ticke zugemacht. Ticke war der zu. Wie mein ich ja? Hast ja erstmal zugemacht. Es zieht doch da drin. Na, Günther, wenn wir hier im ersten Gang 20 kmh fahren. Da zieht das. Ist nun mal. Kann das Ding auch so doll überhitzen, wenn man das da nicht richtig schalten tut? Oder so? Was meinst du? Wenn du die ganze Zeit auf Hoch-Touren fährst? Ja. Hm. Ah, dann dürftest du... Das wird dauern. Also, wie es hier im Spiel ist, absolut nicht. Ja. Also, das tatsächlich nicht mal ansatzweise. Dafür muss das Auto schon, was weiß ich, wahrscheinlich 500.000 km runter haben. Also, das ist hier im Spiel leider viel zu übertrieben. So, ich bin hinter dir. Natürlich, Alter, muss ja die Kugel nicht hinter mir abhalten. Ja. Ja, theoretisch eine Hauptstraße finden. Sind wir drauf gerade? Ja, dann müssen wir jetzt hier runterlaufen und hoffen, dass wir in den nächsten... Runter oder hoch? Drei Kilometer... Alles drei Kilometer. Gut, dann lass uns hier lang. Gut. Dank dem Zelt wissen wir ja, wo wir... Wie wir zurückkommen. Oh. Kann ich meine Waffe nicht wegstecken? Oho. Oh. Hä? Warum hat jetzt die Waffe wieder weggesteckt? Hey, warum... Die soll doch gar nicht. Die andere ist doch viel größer. Die andere soll auf den Rücken. Ey, willst du noch was trinken? Hier ist nämlich der Brunnen. Ich wollte. Okay. Oh, ich wollte die gerade pütteln. Okay. Ey, aber tatsächlich, es ging alles gerade hoch. Ich will nicht. Ich... Was hast du da? Ich will das nicht. Okay, die letzte verdreht mich für mich. Hast du gesehen, dass ich so nach hinten geguckt habe? Ja. Na gut. Aber ich habe sie trotzdem reingezwungen. Ins Ohr reingestoppt. Natürlich, natürlich. So nett. Immer gut, noch was passt was rein. Oh. Alles beserven. Ja, mal weg hier. Alter, ich back da mich übelst rum. Dann koch doch erstmal und hör auf zum Backen. Ja. Backe, 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 Knäuschen. Denn der Bäcker hat gebraten. Scheißelchen. Du Schusselchen, du. So, weg ist die Olle, Knolle. Aber, oh. Hat gezogen, richtig in der Hand. Von unten bis oben. Von links bis nach rechts. Ich würde gerne wissen, ob die wirklich was aufhält. Okay, stell dich hin. Ich schieße auch ganz sacht ins Auge. Ich schieße vorsichtig. Die Kugel, die rollt so raus. Und? Und bist du tot? Mein Knie! Nee, nee. Mein rechter Zeh. Die Kugel ist auch mal ein Zeh gefallen. Lul. Abbeprallt und dann gegen C. Direkt nicht. Ja. Double. Und wie viel Ausdauer wir mal hatten, ey. Ah, hör Lust auf. Jetzt durchgehend unter ein Viertel. Schon echt ziemlich streurig. Naja, Gott sei Dank kann man schon ein bisschen länger laufen. Ja, das war ja der Grund, warum ich längere Zeit mal erstmal nicht mehr gespielt habe. Ich dachte, ich war der Grund. Ja, auch, auch, auch. Das darfst du jetzt natürlich nicht falsch verstehen. Warte, was? So, sind wieder zwei von zehn Spielern auf das Server. Ey, das darf doch gar nicht spielen. Das ist gar nicht so, das ist das Spiel. Halt mal an. Guck. Hier fehlt der blaue Streifen. Nein, manche haben das tatsächlich nicht. Von in Russland. Hier fehlt der blaue Streifen. Du kennst die doch gar nicht, wie die in Russland aussehen. Vielleicht haben sie gar keine blauen Streifen. Es ist egal, es ist nicht realistisch. Du musst Öl auffüllen in einem Fahrzeug. Das ist realistisch. Du musst Flüssigkeit, ähm, ähm, du packst normales Wasser in einen Kühler. Das ist schön. Mach das mal. Das verdunst du einfach da drin. Okay, gut, ob es hier verdunst ist, wissen wir ja leider noch nicht. Das ist ja nur reines Wasser. Und an sich kann es ja nur grünen, wenn es verdunst ist. Noch nicht. Kann der nur wieder oben gehen kann und wieder runterlaufen. Ja gut, an sich hat es ja auch nur 90 Grad maximal. Ah, schwer zu sagen. Keine Ahnung. Ich werde weg. Ja. Das Auto kann einfach ohne Öl fahren. Fertig. Da liegt es schon mal am Kaff. Ja, ich habe auch schon die Szenen. Ich würde aber irgendwie gerne auf der Straße bleiben. Ich habe keinen Bock hier von der Straße auch noch abzukommen. Ach, das ist ja ganz hinten. Das sah näher aus gerade. Das ist Kühe. Wo? Da. In die Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Ganz hinten, Alter. Ja. Braun, braun, grau, braun, weiß. Da muss ich mal mit meiner Waffe gucken. Scheiße. Ach so. Da muss ich mal mit meiner Waffe gucken. Da ist sogar ein Bulle. Ja. Jawohl. Ne. Ah, da hinten ist aber ein Ding. Das ist so eine Art Bauernhof, würde ich sagen. Hm. Das wäre mal so ein Unterstand. So ein Ami-Unterstand oder so. Gehen wir da rüber? Ah, warte mal. Guck mal, von hier. Hier wäre sogar. Da gehen wir definitiv rüber. Das sieht alles aus wie kleine Garagen. Los. Target vorn, Target vorn. Target vorn? Ah, nee. Warte mal. Target vorn heißt das Ziel voraus, ne? Doch, ja. Genau, dann passt das ja. Gucken wir mal in den Hochsitz hier. Okay. Ich ziehe mich schon mal an. Aus, meinte ich. Entschuldigung. Oh, hier ist ein Rucksack. Jäger. Ach nee, ne Jägerjacke. Hä, Rucksack? Jägerjacke. Achso. Ey, der hat auch so viel Platz wie unsere. Sieht der geil aus? Komm mal her, könnte vielleicht was sein für dich. Nee, ich hab'n kompletten. Ich hab'n kompletten Strambler. Den zieh' ich nicht aus. Mein Teil ist perfekt. Guck aber nach, wie makellos. Da hab' ich gar nicht dran gedacht. Ja, die sind immer makellos, die da rumliegen. Ja, und deins? Naja, meins ist schon wie angekratzt. Abgenutzt. Achso, abgenutzt. Ich nehm' jetzt auch die Jägerjacke. Äh, dass es ne Militärbase. Was? Sag von Herrn, hätt's aber nicht so aus. Alter, die Kuh, du musst dir grad überlegen, wie die Mu macht. So richtig... Richtig langsam. Es hat übelst lange gedauert. Und ich glaub, hier waren wir schon mal. Also kommen wir wieder zurück. Ja, hier waren wir schon mal. Wieder zurück. Ja, aber jetzt ja noch nicht. Na, hier liegt immer noch das gleiche wie vorher. Was, um, C-Hosen mit 30? 30, um, C-Mann ist abgenutzt. Die hier liegt, äh, ist makellos. Ah! Scheiß, das ist ne hellere. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. 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 Ärger mich, das ist ärgerlich. Ja, so. Wäää. Wäää, kannst du in der Tangle? Ey, da sind so viele Links-Baracken. Da könnte ich eigentlich vielleicht auch mein Dump-Glas finden. Läufst du ja immer noch rum? Ja, klar. Aber da ist nichts. Ja, hier ist halt nix. Ist halt das gleiche wie vorher. Oder immer noch. Aber bringt ja nix, wenn ich jetzt, wenn du jetzt hier durchguckst und ich warte vorne. Kann ich auch mitgucken. Ja. Und hoffen, dass ich dein Glas schneller finde. Jetzt steh ich rum. Oh, noch ein Tarn. Nimm dir nochmal einen Tarn mit, mir ist reich. Ja, könnte ich nicht mehr. Nein, da könnte ich noch. Dann müsst ihr aber wieder sortieren, oder? Das ist ja schon wieder das Ding. Da waren wir ja heute wirklich schon. Ähm, ich krieg dir mal ne Kuh, ne? Cobra-Ziel-Visier? Okay. Brauchst du das? Für der AK, aber ne, brauche ich nicht. Ich dachte jetzt schon. Oh, jetzt haben mich beide gesehen. Oh Gott, jetzt geht's los. Leuten und vierteln. Okay. Ich hab's wohl den Stier erlegt. Ach, du Scheiß, liegt hier viel rum. Hä? Oh Gott. Fett. Ein Stück Fett gut zum Braten und leicht entzündlich. Alter, weißt du, wie viel Steaks du hier rausbekommst? Krass. Okay, man sollte wirklich unbedingt immer zwei Magazine haben. hast du vollkommen recht. Kannst du mal weiterverarbeitet und gegerbt werden. Nee, du hast das Fell gern. Äh, die Haut. Hilf. So, 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 so. So. Magazin ist voll. Was ist noch den grünen Turm? Nee. Da war ich noch gar nicht drauf. Wir sind übergabgehauen. Nachdem ich die eine auf den Knau war. Eiskalt. Eiskaltes Wasser. Hä? Fünf, fünf, sechs, fünf, vier. Huch. Ich hab sieben, sechs, zwei, neun, drei. Brauchst du die? Drei, neun. Die war das, die du brauchst? Sieben, sechs, zwei, drei, neun. Hey, 25. Wusse ich gar nicht. Hab ich grad gewundert, warum kann ich hier noch nicht reinfüllen? Das sind eins von den Barakten. Nee, hier draußen, hier draußen. Ich seh ihn noch. Ah, gut. Fünf Schuss? Nein, 25. Der andere müsste noch irgendwo liegen. Ach so, da. Ich lad grad komplett alle Magazine nach. Okay, drei Magazine brauche ich jetzt auch nicht, oder? Na doch, ist egal. Sicher ist sicher. Voll in der heutigen Zeit. Ja, boi. Boi. Ah, scrollen geht ein bisschen langsam hier, finde ich. So. Welcome to the jungle. Jetzt brauche ich doch langsam wieder Munition. 45 ACP. Die nicht. Ja klar brauchst du die. Ich nehm die extra wieder für dich. Ja, an sich wäre... Munition ist zu leer. Kannst du eigentlich auch einmal mitnehmen, gerne. Also die ACP kannst du mir jetzt auch geben. ACP hat sich wieder erledigt. Schon wieder voll. Nee. Neun Schuss für ACP und ganz viele für die... ...45er hier. Hier liegt die Kampfanzugsjacke. Wolltest du die nicht haben? Nee. Ah, nee. Hose. Ja, genau. Die Hose. Äh. Hier liegt die Munitionskiste mit einem Magazin drin. Hm. Mit leeren Magazinen. Hast du die hingewiesen, ja, ne? Nö. Ich hab die mitgenommen, die Kiste. Da war nichts von dir, die ich hatte. Na dann ist hier nur irgendjemand anders. Also alles gut. Boah, dann jetzt die ganzen Munition. Ich hab dir eigentlich verarscht. Hier liegt doch mal deine UMP. Nee, das ist noch ein Schmuck. Oh, verpackte. Um auf nachzuladen, das reicht. Nein, ich lade ab. Ich lade vor. Guck, guck mich, das ist übrigens die Jacke. Die Jägerjacke. Das ist doch geil. Ein bisschen Bomber-Jacken-mäßig so. Ja. Voll Bomber. Gut. So. Ja, genau. Das stand hier. Mit dem Magazin drin, mit dem leeren. Hier draußen? Ja, genau der. Der war doch bestimmt noch letztes Mal bei mir und Dennis. Meinst du, das bleibt so lange? Tja. Ah, ich weiß, was ich fress, was damit ich wieder Platz hab. Wieder im Acker. Oh. So, wir müssen jetzt gleich wieder zurück auf die Street, ne? Ja. Was hättest du für ne Hose? Für ne Kampanzughose, ne? Nein, Jacke. Achso. Achso, die. Ja, davon hab ich die Hose. Genau. Oh. War da ein Zombie drin? Ja. Hab ich grad gewundert, hier drinnen vollen. Hier ist schon wieder ein Knicklicht. Universal-Touch-Lampe. War das nicht für das Gewehr irgendwas? Können wir auch noch. War nicht ausprobiert. Ach, Tarnnetz. Leute, Leute. Das haben wir noch nicht oft. Ah. Der Feldrucksack wieder im Tarnmuster. Ja gut, dann los. Oh, was liegt denn hier? Eine Feldweste. Brauchst du keine Feldwesten? Ich hab doch eine. Makellos. Es reicht. Es reicht. Ja, nicht das verbuggt. Ja, dann hör auf. Äh. Schade. Ich wieder zurück oder direkt auf die Straße am besten, ne? Ja, komm mit. Hä? Ich hatte wieder auf die Straße zurück? Hinten war doch der Ausgang. Äh, ich glaub der Server ist grad ausgegangen. Wieso? Es ging grad alles weg. Gut, die Folge ist sowieso vorbei. Vielleicht fürs Zuschauen, aber die mir gebt auch noch rumtreibt in den Kommentaren, wie ihr seiner, 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 seiner. Ja, tschüss.